Da ist die Gruft und da drüben der Stor, der hat die Gruft zur Wade. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Woche sind wir in Isenthal mit unseren Heimatgeschichten und zwar in der Stadt Dorfen. Und wir haben hier den Tom mit dieser wunderbaren Lichtkunst kennengelernt und wir haben diese ganzen Geschichten für Sie noch eingesammelt. Familie Schweiger hat uns im Keller ihre Brauerei gezeigt und im Obergeschoss ihre Lederwerkstatt. Schöne Haferlschuhe haben wir bei Simon Doser bestaunt. Birgit Binder hat uns vom Dorfener Kulturprogramm erzählt. Und, Sie hören es ja schon, wir haben bei einer Probe gelauscht. Am Sonntag ist in München Uraufführung dieses bayerischen Oratoriums, das der junge Dorfener Andreas Begert komponiert hat. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind, immer Montag bis Freitag um dreiviertel acht. Dass das unser Jesus, Jesus wieder wieder lebt, lebt. Dass das unser Jesus, Jesus wieder wieder lebt.